Hallo meine lieben Pinguine, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicle X. Bist du die Überlebende, die man aus der Lebenskarte geborgen hat? Ich habe gehört, dass du schon gegen viele Kreaturen gekämpft hast, ein böser Wachen so direkt auf dem Schlachtfeld zu landen. Ich bin zwar keine Spezialistin, aber an deiner Stelle würde ich meinen Körper nicht so viel zumuten. Lass dich lieber gleich im Verwaltungsbezirk durchchecken und ruhe dich zumindest aus. Ich weiß nicht, was du vorhast, jetzt wo du hier bist, aber deine Gesundheit hat erstmal Vorrang. Richtig. Immer um die Gesundheit. Kamera, komm mit. Die ist zu langsam. Die ist viel zu langsam. Du hast eingestellt. Nein. Alles zu langsam. Mann. Oh, ist immer noch zu langsam. Oh, du Schande. Ich fühle mich wie so ein Kack da, wie so auf dem Gegenstock so. Dreh dich. Dreh dich. Ja, das ist doch schön. So. Warte. Ey, du. Wollen wir mit dir reden? Wollen wir? Wollen wir? Wer bist du? Willst du dich mit mir reden? Na gut, dann redest du halt nicht mit mir. Hi. Flugzeug. Die Musik ist awesome. Okay. Hey, Emma. Emma. Warte auf mich. Pinguine ist langsam. Oh. Emergency. Emergency. Ganz knapp. Nein, du fliegst jetzt nicht gegen irgendwelche Brückenpfeiler. Land im Wasser. Willst du jetzt landen oder nicht? Boing. Er ist gelandet. Hi. Ich will so werden wie sie. Ich bin schneller als das Auto, ne? Oh. Ganz schön schnell eingeholt, sag ich doch. Hey, Süße. Du hast kaputt gemacht. Ganz einfach. Ja, sehr viel Text, sehr viel Wissen. Es wurde uns gezeigt, Männer können nix. Wie immer. Hi, Lynn. Good thing, you had a rugged pilot like Doug at the controls. Oh, hey, Elma. How did it go out there? And would this be one of the you-know-whos? Hi. I'm Lynn Lee Ku. Mechanic and top all around fix-it-gal for Blade. Hi, Lynn. Versuch aus, wenn was mit dem Auspuff passiert ist. Frage verblüfft nach Lins Alter. Ja, also die sieht echt jung aus. Ja, also die ist. Sie ist 13, und ich weiß, sie sieht jung, und sie ist jung, aber glaub ich mir, sie ist eine unserer Top-Talenten. Die meisten der Zeit, das ist. Die meisten der Zeit. Anyway, ihr seid ihr wieder in die Barracks? Ja. Warum hast du gefragt? Als du hier bist, warum ich dich auf den Transport? Es ist eine große Chance, um die Stadt zu sehen. Ich gebe dir die Grand Tour. Das klingt wie eine gute Idee. Okay, Doug, ich denke, das wird alles für heute. Du kannst hier reinziehen und die Skal. Was? Nichts mindestens den Exhaust. Ich werde es morgen bemerken. Nichts mindestens? Warte, warum habe ich deine Mühe in den ersten Platz? Lynn? Okay, sie ist nicht mehr süß, sie ist 13. Ähm, nein. Oh, ich habe nichts. Ja, gib. Ich will sie im Team haben. Ja. Nice. Ich will sie ins Team holen. Habe ich doch jetzt. Okay, okay. Achso, naja. Unten steht auch ganz fest. Änderung bestätigen. Ich will laufen. Rennen. Transporterpilot, da, da will ich hin. Hi. Du, du, du sagst mir, dass ich das nicht machen darf. Sag mir's. Sag es mir. Was? Achso, Leitervorgang. Ähm. Du, 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 du. Geht ja schnell. Hoch in die Lüfte. Zeige mir die Stadt. New Los Angeles. Wee. 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 Not bad, huh? You can see everything from up here. It beats walking, that's for sure. The best way to see NLA. I never get tired of this view. It's like a different city every time. It's certainly come a long way in the last few weeks. There's still so much to be done. One day at a time. Speaking of which, we don't really have time for a full pleasure cruise here. Why don't you give us the express tour with just the highway. Ich will auch was sehen. Ich seh nichts von hier. Von der Aussicht. Ah. The L.A. is divided into four district. We departed from the industrial district, where Doug and I were conducting the flight test. It has food production, scale development, you know, industries and stuff. It's also where the West Gate is located. Remember? Expect to pass through there fairly often. The only other gate out of the city is in the administrative district. I'm skipping ahead. Okay. Ahem. Next is the commercial district. Shopping. Shopping. You name it. It's a veritable shopping paradise. Sei es doch. Shopping spree. The CD is the closest thing to a downtown we've got. It can actually get pretty crowded sometimes. Well, by N.L.A. standards, anyway. Day or night. The best, and only, bargains on the planet. Rawr. To your right, the residential district. Housing, housing, and more housing. Well, plus a nice park and the cathedral. Yeah, they should. If you're ever looking for quiet time alone, or want to relax and unwind with a good book, that's the spot. Right? The park is my favorite place to just zone out and chill. And the last but not least our destination, the administrative district, the nerd center of the Harf, N.L.A. And there fahren mit Fliegenbinden. Note the distinct dual level structure here. The upper level holds our administrative tower, home to Blade HQ and the government. Not to mention Armory Alley as well as the barracks where we live. The lower level there is a hangar complex for scale maintenance and repairs. Ah. Dankeschön. We'll save the rest of Orientation for once we're back at the barracks. Das war eine schöne Rundflug. Ich hätte gerne mehr Aussicht gehabt, aber hey, man darf nicht immer meckern. Ich fand das schön. Das haben sich beste Mühe gegeben. Außerdem ist die Aussicht nach draußen viel schöner gewesen. Ja. Das war wirklich schön. Enjoy your stay in the administrative district and thank you for flying Lindley Airlines. Right. Let's get you over to the barracks. Then I should file my report. They'll be eager to hear the details on how I found you, I'm sure. Well then, we'd better not keep them waiting. The barracks are pretty close, actually. They're set up just behind the giant blade tower here. That road there wraps around the left side and leads right to it. Gut, dann will ich jetzt da hin. We'll pass through Armory Alley, but let's not get sidetracked, okay? We can check it out later. Die hat ne biggest gun. Ach du Kacke. Oh, ich... So ein Ding kann ich bestimmt auch bald fliegen. Oh, da folgt mich. Guck mal, vergleich. Wie riesig das Ding ist. Die Kanne. Oh? Ich bezahle mir jetzt nicht ausreichend. Zugriff verweigert. Oh, ich bin zu blöd dafür. Kann ich hier kämpfen oder was? Ah, ne, Moment. Kaufen. Blatt-ID konnte ich verifizieren. Nein, ich bin... Ah, ich hab keine ID. Barracks! Wee! Mwah. Ja? Ja, ich will mich nicht registrieren. Ich will nicht ein registriertes Mitgliedsseite irgendwo. Natürlich habe ich einen Terrassalon. Ich denke, ich kann auf diesen Punkt antworten. Hallo! Guckst du grimmig? Also, du musst die letzte Rescuerin sein. Sekretär Nagy! Frau Kuhl. Chipper ist immer, ich sehe. Was kann ich sagen? Pep ist mein mittleres Name. Ich fuhre mit Doug Barrett hier. Und er sehte nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Was soll ich wissen? Nein. Nichts zu überraschen. Mhm. Die liegt auch da. Gut. Gut. Ich bin sicher, dass es so bleibt. Das ist wichtig, Elma. Du hast noch einen gefunden. Ein guter Arbeit da. Ich mache meine Arbeit, Herr Sekretär. Entschuldigung. Als wir offiziell registrieren, unseren neuen Bürger hier. Warum sprechen wir nicht in die Seite? Es gibt viel Platz, die zu kümmern. Es könnte ein bisschen Zeit dauern. Ah, ja. Natürlich. Entschuldigung. Entschuldigung. Du musst von der Stasis und deiner Reise zurück zu uns. Bitte. Nach dir. Wenn wir jetzt doch nur auf die Booty schauen hier. Ich denke, ich bin volljährig mit meiner Pinguiner. Ja, ich denke schon. Ja, doch, 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 doch. Also, ich wünsche es mir. Also, ich sage ja. Aber wir sind ja keine Creeps. Haha. Ja? Was ist das? Wo bin ich? Ist das die Registrierung? Ich wollte mich doch verarschen. Sieht aus wie ein Schlachtplan. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin Kentaro Nagy. Du kannst mich als Captain of the White Whale. Aber ich jetzt bin als Secretärer der Defense hier in der New L.A. Nein. Der Registrierungsgericht hat mich mit dem Frieden. Also, alle militärische und politische matterse fallen unter meine Juristik. Er ist auch mein Vorfeld. Ich mache alles. Ich mache alles. was mit der Erde oder der White Whale passiert. Ich verstehe. Doch, komm zu denken. Die ganze Menge von uns sind nur auf diesem Planeten für was? 2 Monate? Es sollte nicht sehr lange dauern, um sich zu befinden. Meine Gedanken genau. Und dann. Wo müssen wir beginnen? Äh... Fragen wir hier genau... Wie genau die Menschen auf mir gelandet sind? Lass die Organisation bitte genauer erklären. Frage, wie es mit der... Äh... Eigentlich wissen wir das. Aber ich möchte es trotzdem nochmal herhaken. Ja. 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 Was hat sie bloß gemacht, frage ich mich? Ja. Projekt Exodus. Projekt Exodus. Ja. 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 Das sind die Menschen von uns auf der White Whale spätten zwei Jahre lang in den Raum. Zwei Jahre lang. Aber wir haben uns auf unsere Mission gefunden, finden eine Flammerung und dort ein Flammerung. Und wir haben es dort. Wir haben keine Ahnung wie lange es dauern würde. Oder dass die Entscheidung uns eventually die Möglichkeit machen. für uns die xenoforms found us again and well it wasn't a happy reunion earth wasn't enough they wanted humanity destroyed for better and for worse we were close to planet mirror when we lost control of the white whale inertia and gravity took it from there the ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact we had no choice we channeled all the power we had left to soft land the habitat once the dust cleared we set to work transforming it into its current state searching for survivors establishing blade installing the provisional government basically making it sustainable city ja das habe ich jetzt verstanden also das ist macht jetzt für mich mehr sinn mein der centro war auch irgendwo klar nur ich wusste nicht ob es jetzt zwei wirkliche aliens waren oder wo die menschheit einfach nur sich in den fronten lag so wegen hey wenn zwei sich dreiten heute der dritte aber ich habe mich nicht gefreut so wirklich weil das aber es was ist blöd was genau ist blöd ist bilder ist aber legacy after the destruction of the destruction of the earth it's a relatively new organization up there in space we had plenty of provisions and a crew train to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels but of course all that changed after we lost most of our ship and came crash down here on mira we needed food water search and rescue teams surveyors police the list goes on and on it was too much for the provisional government to manage on its own so blade was born the idea was to have one central organization different disciplines to fill these various roles its core was pulled from the coalition military so it's mostly former soldiers but fighting isn't our most important duty right now now we have a single top priority that supersedes all others the search for and recovery of the life hold the white whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers all of them held in stasis all housed in a structure called the life hold this is a complete schematic of that facility only essential personnel were conscious and active for the journey from earth the flight crew maintenance engineers and of course some military so we could defend ourselves if necessary but the vast majority were in the life hold are in the life hold with any luck they're all still there in stasis waiting to be rescued but there's a problem we now know the life hold broke apart along with the rest of the ship when we came down on mira what we don't know is exactly where all the pieces landed not very comforting I know Blades top priority now is locating the missing units that's the two months how many of them have found that I'm asking myself now ah yes all citizens of nla are required to register their name age and occupation we also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health all purely as a precaution I'm sure you understand as the caretakers of humanity's survival we all have certain responsibilities and hey it's not all bad registering gets you access to all kinds of public services in any case I'm sure this is all a lot to digest you'll be wanting some no it's good miss cool even I'm tired of hearing myself speak why don't you take our guest out for some air perhaps a tour of the administrative district yes sir come on we'll keep this briefing brief yeah I have a handlungsmission let's hear from Lynn and Emma the Verwaltungsbezirks zeigen and bring more about Blade in erfahrung yo zeig mir was Blade is was is Blade? what is Blade? ich muss hier links lang was ist das denn? na das was ich hab immer noch kein ID ähhh 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 Ausgang hier ja ja es ist doch recht komplex was sie mir da an zeigen und was sie wirklich was haben die letzten zwei Monate gemacht wirklich jeden Tag auf die Suche gegangen nach neuen Leuten hier wir müssen Leute suchen mit der Stasis und dann das erste was wahrscheinlich hast du in Erinnerung von wegen für die die es nicht erinnern können fliegst von der Erde los zwei Jahre unterwegs plus zwei Monate und dann zack bist du wach wach you know it's not every day we're authorized to let a civilian tour the administrative district ja Nagi must really really want her to join Blade the AD is a bit different from the other districts Es hat alles, was ein Blades braucht. Alles in einem Ort, ohne etwas extra Fluff. Get a load of that Skell! Even the way that they walk is so cool! Oh yeah, work it baby! Ich kann es bewundern, ich würde es, ich bewundere es gerade echt. Und nun, diese Frau bekommt es! Sind sie nicht nur die coolsten? Nur alles über sie? Die Lasere, die Forstfläche, die Bipedal- und vehicular-Transformationen! Hast du schon den Traum gehabt, wo du in der einen, und es sich einfach wieder und wieder und wieder und wieder transformiert? Ja, du weißt, worüber ich spreche. Was ist das? Ich weiß, was ich nicht, dass ich das nicht normalerweise zeigen, aber ich habe einige Skell-Fan-Fiction zu arbeiten. Hold' on, ich werde es hier aufhören. Ich werde es hier ein bisschen öffnen. Lin? Oh! Oh! Sorry. Originally, Skells wurden entwickelt als eine defensivante Maßnahme, um zu counteren potenziell alien-threaten. Es war nicht genug, um die Erde zu retten. Wir wurden übernäubt und übernäubt. Still. Just look around here. New LA has gone from basically nothing to this in just two short months. We could never have come so far, so fast without Skell-Technology. I'd love to get you into one to see for yourself, but it's not that simple. Well, yeah, duh. For one thing, only Blades are allowed to pilot scale. And even then? You need a license. These aren't toys we're talking about. They're complex machines with powerful weapons. And they're a precious resource. We only have so many of them to go around. So yes, as you might imagine, the certification process is a fairly rigorous one. I'm sure you're thinking, where do I sign up for the test? But it's not that simple. They choose you, not the other way around. You can't just walk in the front door and volunteer. There is some criteria. The details are largely hidden, but basically HQ only allows the cream of the crop to take the test. Blades who go above and beyond in their duties and for the people of New LA in general. So what do you say? If you become a blade and work hard, I'm sure it'll only be a matter of time before they tap you on the shoulder. Oh, yeah. Speaking of work? That reminds me. Why don't we check out the mission control board first? That's where we take on our assignments. Good call. Let's go over there. Let's go over there. Hey, there is a board. There you go and get a mission. You need to find people. Oh. I want to have one. I want to have one skill. That's awesome. I want to have one. I want to have one. I want to have one. It's not so fast. So this is mission control. We don't have a dispatch system yet, so Blades usually choose their own assignments. Everyone comes here and selects from the missions available on the board. And it's not just official blade tasks. Anyone with a request is free to post here. Businesses, citizens, whoever. Yeah, it's basically how anything gets done in New L.A. So the board is constantly updating. Just about every blade will stop by here at some point in their shift. It's like our second home. You'll always find a number of blades around here blowing off steam or browsing mission control for their next assignment. Whenever I get freed up, I'll stop here first thing to check for any missions I might be suited for. Likewise. And if the assignment seems too tough to handle solo, that's what the scout console is for. We should show you that next. Hey, who's giving this tour anyway? We also have the scout console, if the assignment seems too tough to handle solo. And, uh, Elma just said that. Right. Oh, I can see the camera, but I see. Hmm. Hey. 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 Spiele und so vier online und bis zu 32. Ja. 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 Ich habe nur gesagt, du musst ein Idiot sein, nicht zu sein. Oder vielleicht eine verrückte Frau. Ich weiß nicht. Und hier dachte ich, du könntest unseren Gast zu pressieren. Entschuldigung. Jetzt, wie geht es ein kleines Shopping? Ich spreche nicht über die Sachen in der Produktion. Ich spreche über Armory Alli. Okay, sie trifft meinen Geschmack. Ne, sag nicht listen. Wenn sie kommt, listen. Ich kriege die Krise. Hier. Oh, gib mir Waffen. Gib mir alle Waffen. So, diese Straße ist, was wir Armory Alli nennen. Blades können hier von vielen von den Verwanderern rechnen. Ja. Ich will nicht sagen. Die meisten Blades-Members face danger auf jeden Fall. Verwanderen die neuere Waffen ist nicht zu empressen deinen Freunde. Es ist eine Sache für die Erwanderung. Wahrscheinlich. Und das geht nicht nur für deine persönliche Armour und Waffen, was wir nennen, wie die Grundgeier, aber auch für die Schäuze. Du kannst sogar auch die Schäuze kaufen. Kannst du dir vorstellen, dass du eigene Schäuze? Ja. Ah. Oh, genau. Die Tür. Ich denke, alles, was left ist, ist das Herz der Blades selbst. Blades Tower. Ich will so'n Bisch. Schon'n wunderbaren Skill. Skill, Ding. Ich will so'n haben. Ja, es macht Sinn, mich da zu rekrutieren, ne? Blade. Oh, ich bin ganz schön weit. Oh, mitten in der Luft. Don't say listen. Hm. So, ja. Blade Tower. Wenn wir hierher kommen, ist es meistens bei Blade HQ. Die höherer Ups, wie Secretary Nagy und Commander Vandam, werden die meisten ihrer Tage hier spenden. Die Regierung auch. Sie sind in der Tower. Leute, wie unser neuen Direktor-General, Maurice Chausson, zum Beispiel. Blades, manchmal, hier an die Liederschaft, nachdem wir die Schlange haben. Sie wollen diesen Ort erinnern. Und das ist es für unsere Tür. Also, was denkst du? Ein ziemlich großartiger Setup, nicht wahr? Sie können nicht warten, um Blade zu sein, nicht wahr? Okay, Lynn, ernsthaft. Das ist genug. Wir sind nicht hier, um eine Verkaufnahme zu machen. Wir wollen nur alle Fälle, damit Sie können eine informierte Entscheidung uns zu beenden. Oder nicht. Ja. Jetzt, dass Sie gesehen, wo und wie wir arbeiten, hoffentlich hat es eine gute Impression gemacht, aber Ihre Entscheidung wird nur so. Das ist Ihre Entscheidung. In any case, wir gehen zurück in die Barracks. Der Sekretär Nagi wird warten. Ohhhh. Ohhhh. Ohhh. Ohhhh. Ohhhhh. Ohhhh. Ohhhhh. Die ist doch nicht menschlich. Auf keinen Fall ist sie... ...menschlicher. ..... Ohhhh. Ganz ruhig Ganz ruhig, junge Dame Eigentlich, ich möchte Ich möchte schon Beitreten, ganz ehrlich sein, ich möchte es gerne Allein nur wegen dem Skill Der ist awesome Ich werde Beste von Besten und dann Kriege ich meinen Skill Ja Lieber, sind wir nach Hause? Ja, sehr lustig Wer möchte eine frische Karte? Danke, Frau Goo, aber ich kann nicht lange bleiben Ich wollte nur eine Angelegenheit von deinem Kommandante Kommandante Vandam? Hmm, hat es nichts zu tun mit unserem neuen Wettbewerb? Correct Er kam vor, während du warst auf deinem Tour Er sagte, er wird zurück, aber ich sollte nicht warten um zu fragen Hier geht's Ich glaube, ich kann es glauben Du wahrscheinlich kannst Er will fast-tracken unseren neuen Freund hier für Blade-Duty mit einer Anwendung Was in der Hölle sind wir warten? Wie er sagt es Der Kommandante hat einen Weg mit Worten Er macht auch meine Sprache so leicht Ich erklärte über die Probleme Aber er sieht es nicht wie ein Problem Und um ehrlich zu sein Given unsere heutige Neue für Blade-Rekruten kann ich nicht sagen, dass ich völlig entschuldige Hey, es ist nicht mich, die du dich zu überzeugen Der Blade-Service ist voluntär, weißt du? Natürlich Und ich würde niemanden nennen oder nennen Ich würde niemanden nennen Na gut, Freund Was sagst du? Ich würde sagen, dass ich dich an Ich würde sagen, dass du deinem Teil machen würdest Danke Danke Elma, sie kann mit deinem Team starten Du beginnst sofort trainieren Ja, Herr Sekretärin Mit Freude Alles klar Willkommen zum Cool Kids Club Yeah Ich bin im coolen Club Oh, yeah Ich bin im coolen Club Ja Ich bin im coolen Club Ich bin im coolen Club Ja Ich bin im coolen Club Ich bin im coolen Club Ich denke, wir sollten ein bisschen zurück Hier in New L.A. Wir nutzen ein spezielles System Im System von Frontiernav Wir helfen uns zu erzeugen Das ist eine Sensor über die Mirra Eine Netzwerke von Datenproben Das ermöglicht uns zu monitorieren Und zu collectieren all kinds of information über den Planeten Expandieren diese Gritte und füllen in die Blinden ist eine der größte Priorität der Bladen Hier, schau dir das Was du sehen auf die Schreine ist ein Terrain-Map Das includes New L.A. und die Landmastung Wie man sieht Wir haben die Umgebung in eine Reihe von Hexagonalen Die Blöcke Wir nennen diese Blöcke Sekunden zusammen sie formen unsere Gründe Wir entscheiden, dass es das was der größte Efficient in der Umgebung unserer Probe Wir wissen genau wo wir brauchen die Probe und jetzt müssen wir sie installieren Je schneller, je besser wie ich mich Die Probe von Frontiernav können auch die generalen Dinge in der vicinity Das ist wichtig wenn wir eine Blade andere Bürger Ja Wichtig Wichtig Also für dieses erste Übergang gehen wir hier nach dem weiten Geh da installe die Dataprobe und dann komm zurück Ich habe es östlich östlich Die Musik ist ganz schön laut Natürlich Ich habe immer noch keine Blade-ID Maaan Ich will meine Blade-ID haben um Men No Ich habe das eine die 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 Und? Ja. Nee, wir haben ja im Vesto gearbeitet. Deswegen vermute ich mal, dass... Na, warte noch ab. Ich versuche nicht, das persönlich zu nehmen. Aber genug Gespräche. Wir haben unsere Mission, um zu tun. Lass uns gehen. Roger. Die Probe wird sich nicht installieren. Lass uns zur East Gate gehen. Ja, da bin ich schon die ganze Zeit dabei. Ihr seid... Ihr haltet euch nur auf mit ewigem Gebabbel hier. Zitze, zitze, zitze. Sie wieder kämpfen. Hier spricht Eleonora. Ich möchte sie daran erinnern, dass die Karte jetzt für dich freigeschaltet ist. Oh. Die seht ihr gar nicht, aber ich seh sie. Sie wird dir auf deinem kommenden Gerät angezeigt. Und bietet dir Infos zu jedem Submit auf Mira. Wirf unbedingt einen Blick darauf, wenn du nicht mehr weiter weißt. Oh, wie awesome. Oh, das ist ja cool. Kann ich die Karte... So muss ich gerade hier rumspielen. Ich zoome gerade hier ein bisschen auf den Petraum. Ach, du Schande. Ist die Welt riesig. Ja, also ich werde definitiv viel Spaß haben. Erforschungsstatus 0,00 Prozent. Ja, das ist doch mal vielversprechend. Oh, kann ich meinen... Kann man den Monden sogar, dass er anders aussieht? Ich bekämpfen. Ich will wieder kämpfen. Nicht gleich den Großen. Letztes Mal habe ich fast auf die Fresse bekommen. Ah, cool. Ich seh also auf meiner Karte, auf dem Weepad, seh ich halt, wohin ich hin muss genau. Das ist gut. Das... Gegen sowas will ich kämpfen. Oh, bei dir! Hoppla. Macht euch kaputt. Los! Oh, Glück gehabt. Wenn man zu dritt ist, geht's doch wirklich einfacher. Mehr töten! Ja. Das ist doch sehr entspannend. Ich... Mir gefällt das Kampfsystem sehr gut. Jetzt, wo man so langsam hinterher kommt, wie der funktioniert. Ich kriege das Fett. Alle töten. Oh, ich krieg was in die Auge. Oh, ich krieg was in die Auge. Oh, shit, 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 shit ich bin geguckt wie ich mich am besten heilen kann also ich bin jetzt level 6 ja schnell als level 7 3 4 4 4 kann ich alles nicht ausrüsten es anderes besser kann der level 8 so muss ich nicht muss in diese richtung den pfeil folgen oder dem licht folge dem licht was da passiert oh dadda you don't think that one synicula could have killed all these simias Ich auch nicht. Was ist los? Manchmal findet man einen Sinnius über drei oder vier Sennicula-Kursen, aber hier sind die Tafel und ich sehe keinen anderen Indigen in der Stadt. Es gibt nur eine Erklärung, dass Sennicula ein Tyrant ist. Lass mich auf die Blade-Report-Database checken. Wenn es ein Tyrant so nah an der Stadt gibt, muss jemand nach der Stadt kommen. Bingo. Es gibt einen Sennicula-Kursen, die nicht zu lange vor. Aber es war ein paar Sekunden weiter. Es könnte sich folgen die Blade, die nach dem neuen L.A., oder kommen hier zu feeden, oder wer weiß was. Es ist verrückt. Ich kann nicht glauben, dass ein Tyrant direkt auf unserer Türsteppe ist, und H.Q. nicht so etwas zu tun. Also, nicht vergessen, warum sie uns hier in der ersten Zeit haben. Die Fläche der Frontier-Nam ist immer noch limitiert. Oh, genau. Sie können es nicht nachvollziehen, wenn es kein Perl gibt. Sie müssen es verloren haben, wenn es aus dem Grid ist. Ah, ja. Ja. Die Tyrant-Designation ist gegeben für die Creature, die eine besondere Angelegenheit ist. Das ist nicht immer ein Rostreicher. Einige Tyrants werden tatsächlich registriert als L.A. wenn sie eine Angelegenheit haben, wenn sie eine Angelegenheit haben. Oh, ich will es machen. Ich sage, dass du überzeugt bist, dass die drei das schaffen könnt. Ich sage, dass man einen Tyran so nahe... Ich kann Mut machen, beschützen. Oh, Mut machen. Ah, ja. Ich bin ein Hörger, wenn du bist. Ich bin ein Hörger, wenn du bist. Ich bin ein Hörger, wenn du bist. Wir müssen uns auf dieser Planeten überlegen. Wir werden uns mit den Tyrants hinunternehmen. Wir können nicht einfach immer so weit weg, du sagst. Genau. Ja, ich bin schon bereit. Naja, erstmal speichern. Ausstürme Technik. Tyrannen sind richtig mies. Auf keinen Fall einfach drauf losstürmen. Überprüfe überlegt erst deine Ausrüstung. Also sämtliche Waffen und Rüstungsgegenstände. Und sorge dafür, dass deine Techniken bereit und trainiert sind. Sonst siehst du alt aus. Technik trainieren. Team Technik. Pinguine. Kann ich die wechseln? Irgendwie kann ich da nichts aus. Nicht trainieren. Wie sieht es hier aus? Das ist Elma. Hat er noch was frei? Schatten, Flängen, SP, Schattenläufer. Mehr hat sie auch nicht. Geht davon, dass sie halt auch nicht fehlen. Genau, das dachte ich mir auch. Ja, lass mal alle Gesamtausrüstung mal checken. Das ist jetzt hier. Minigun geht auch nichts. Eisen Schild. Hier habe ich nichts mehr. Linz top. Ah, auch nichts. Nope. Nope. Das wäre schon mal besser. Würde ich einfach mal gut behaupten. Ah, hier ist nichts. Ah, ah. Kein Level 8. Höhere Abwehr, aber weniger Fernkampf. Die wären besser. Ja. Hier kann ich sich nichts antragen. Bei mir ist es eher jetzt. Das wäre besser, das Soldatengewehr. Ja, das wäre besser. Ich habe jetzt unten die Seite mal gesehen, was hier alles so ist. Ich bin kein Level 8. Ich kann einfach nichts tragen. Kann ich auch nichts. Weniger Abwehr, aber mehr Fernkampf. Ah, vielleicht hilft das. Speichern. Probieren wir mal. Gehen wir mal hier auf unseren ersten Tyrannen drauf. Ach ne, eine Sache wollte ich noch gucken. Genau. Harmonie-Diagramm. Ah, ich habe hier... Ah, ich kann hier Beziehungen so ungefähr aufbauen. Ah, das wollte ich gar nicht gucken. Ich hatte sowas wie einen alten Flot. Aber gut. Ah, die Sonne scheint. Auf geht's. Ah, ich bin zur Sonder. Ah, ich dachte, ich könnte vielleicht die Sonder aufstellen. Ah, ich denke, ich bin bei Fernkampf. Das brauche ich mir sicher. Au. Ich muss zuhören, was sie sagt. Ich glaube da... Ich glaube, der wechselt sich den ganzen Waffen ist wichtig. Jawoll. Was? Kriegen die kaputt. Bam. Oh, nice. Oh, weird. Was ich gerade sagen. Nice work, Lynn. You fought well. You did too. Ich weiß. Now let's get down to business and install that data probe. If we stay here for long, there's no telling what other playmates might show up. This beam of light indicates a frontier nav site. It marks the ideal spot to bury the probe. Yeah. Woo. I am awesome. Okay, the probe should be ready for insertion. I'll just boot it up. Thanks, Lynn. The top half of the cylinder contains the probe itself. The bottom half is a laser. It dissolves the soil so the probe can burrow to the proper depth. We tried just planting them on the surface at first, but we kept running into problems with the local wildlife damaging the goods. Burying them is going to save us all alive. We have a lot of time and headaches in the long run. We all set? Yes, ma'am. Whenever you're ready. Why don't you do the honors? You can launch it right from your computer. Give it a try. Äh. Ja, ich will's machen. Man muss's ja probieren. So. Ich dachte, ich müsste jetzt am Ende der Video was machen. Ja, ich will's ja probieren. Good. Now we just need to give it a minute to reach the target depth. Yeah. And installation complete. We are now online with a solid connection to FrontierNav. Excellent. See? At the end of the day, there's really not much to it. The hardest part was calculating the ideal probe locations. We need them spread out evenly to maximize data collection. Yep. Planting probes is easy. And the more we plant, the more likely we are to find missing crew. So anytime you see a probe site, there's no excuse not to plant that sucker. That'll do it for your training. Let's head back to the barracks and report to Secretary Nagy. Nice. Dark London installiert. Ich bin Lau von dem Pathfinder. Kleine Einführung in Sachen Sonden. Sobald du einen Kurupu findest, drückst du vor Ort den Angriff, um deine Sonde zu installieren. Dein mechanisches Spezialwissen muss stimmen. Also schau öfter bei Eleonora vorbei. Vorsicht hieran. Bevor wir zurückgehen und Bericht erstatten, verrate ich dir noch etwas. Eine überwächtige Retour wie diese greifen wir gewöhnlich nur im Skill an. Das, was wir eben zu Fuß einen Tyrann besiegt haben, grenzt an einem Wunder. Sei in Zukunft vorsichtiger, okay? S-M-L-X-L-X-X-L. Find ich gut. Kann ich mal jetzt hier reisen? Ne? Ah. Ich fand's gut. Ich hab... Ich hab das... Ich wusste, dass wir das können. Ui! Wuhu! So, aber wir sind schon... Außerhalb der Zeit. Dann sag ich einfach auf jeden Fall, ich muss gleich mal speichern. Erstmal alles andere auch. Ah! Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich mach's grad alles nebenbei. Ähm. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Mir gefällt's auf jeden Fall. Und ich... Ich werde das definitiv weiter und 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 weiter. Weiter, 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 weiter spielen. Ach. Ich kann's auch weiter sagen. Aber ich danke auf jeden Fall... Äh. Bis dahin schon mal danke fürs Reinschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Udi. NUT NUT! 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 NUT!